Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video wollen wir uns den Tefal PF 240 E Brotbackautomat Pan & Delice genauer ansehen. Wenn du davon träumst köstliches, frisches Brot und vieles mehr in deinen eigenen vier Wänden zuzubereiten, dann solltest du das Video bis zum Ende schauen. Dieser Brotbackautomat verspricht allerdings nicht nur leckeres Brot, sondern auch die Herstellung von Kizzateig, frischen Nudeln, Marmelade, Porridge und vielem mehr. Wir werden dir in diesem Review alles über sein Design, seine Funktionen und die Bedienung erzählen. Lass uns gleich loslegen. Bevor wir in die Details des Brotbackautomaten eintauchen, werfen wir einen Blick auf das Design. Der Tefal PF 240 E hat die Abmessungen von 35,6 cm in der Tiefe, 31,8 cm in der Breite und 33,9 cm in der Höhe. Das bedeutet, dass er in den meisten Küchen problemlos Platz findet, ohne zu viel Raum einzunehmen. Der Lieferumfang ist umfangreich und du findest alles, was du benötigst. Beim Auspacken findest du neben dem Brotbackautomaten selbst die herausnehmbare antihaftbeschichtete Backform, einen Messbecher und Messlöffel, sowie den Joghurtbereiter für das Joghurtprogramm. Ein Rezeptbuch und ein QR-Code zum Download eines weiteren digitalen Rezepthefts sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Tefal PF 240 E präsentiert sich in einem modernen und hochwertigen Design, das in nahezu jede Küche passt. Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und leicht verständlich. Das Display ist gut ablesbar und zeigt alle wichtigen Informationen wie Zeit, Programm und Bräunungsstufe an. Die herausnehmbare Backform ist antihaftbeschichtet, was die Reinigung nach dem Backen sehr einfach macht. Kein lästiges Schrubben und Kratzen mehr. Das Material fühlt sich robust an, was eine lange Lebensdauer verspricht. Die Verarbeitung des Geräts ist insgesamt sehr solide und hochwertig. Kommen wir nun zu den Funktionen dieses Brotbackautomaten. Der Tefal PF 240 E bietet eine erstaunliche Vielfalt von 20 automatischen Programmen. Egal ob du Brot, Kuchen, Pizza, Nudelteig, Marmelade oder sogar Joghurt zubereiten möchtest, dieser Brotbackautomat hat das richtige Programm für dich. Besonders hervorzuheben sind die drei glutenfreien Programme, die ihn auch für Personen mit Glutenunverträglichkeit attraktiv machen. Die individuelle Anpassungsmöglichkeit ist ein großer Pluspunkt des Tefal PF 240 E. Du kannst aus drei verschiedenen Brotgrößen wählen, angefangen bei 500 Gramm bis zu 1 Kilogramm. Das ist ideal, wenn du alleine lebst oder eine große Familie hast. Die Wahl der Bräunungsstufe ermöglicht es dir, den gewünschten Bräunungsgrad deines Brotes festzulegen. Ob du dein Brot lieber hell, mittel oder dunkel magst, hier hast du die Kontrolle. Eine weitere beeindruckende Funktion des Tefal PF 240 E ist der 15-Stunden-Timer. Dies bedeutet, dass du den Automaten so programmieren kannst, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt frisches Brot für dich bereit hat. Du kannst also jeden Morgen mit dem Duft von frisch gebackenem Brot aufwachen. Und wenn du einmal später aufstehst, keine Sorge. Der Brotbackautomat verfügt über eine 1-Stunde-Warmhaltefunktion, die dein Brot frisch und warm hält. Abschließend können wir sagen, dass der Tefal PF 240 E Brotbackautomat alle Erwartungen erfüllt und sogar übertrifft. Die Bedienung des Geräts ist einfach und intuitiv und die Reinigung ist ein Kinderspiel dank der antihaftbeschichteten Backform. Das Design des Tefal PF 240 E fügt sich nahtlos in jede Küche ein und verleiht ihr einen modernen Touch. Die große Auswahl an Programmen, die individuelle Anpassung und die praktischen Funktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Küchengerät für alle, die gerne selbstgemachtes frisches Brot und andere Köstlichkeiten zu Hause genießen möchten. Mit seiner Vielseitigkeit, den 20 Programmen und der einfachen Bedienung wird er schnell zu einem unverzichtbaren Teil deiner Küche. Und das ETM Testmagazin hat ihm mit 92,2% im Test sogar ein sehr gut attestiert. Wir können ihn dir mit gutem Gewissen empfehlen und wünschen dir viel Freude beim Backen und Genießen. Bei Amazon erreicht der Tefal PF 240 E Brotbackautomat eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 400 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 118 Euro und damit 41% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 200 Euro. Das war's mit unserem Video über den Tefal PF 240 E Brotbackautomat. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Tefal PF 240 E Brotbackautomat zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Brotbackautomat von Tefal haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust.